Eine hervorragende Arbeit, Herr Richter. Gratulier. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Einzelbetter. Also, das ist wirklich ein genialer Einfall von Ihnen. Betreiben Sie bitte nicht. Darauf hätte jeder kommen können. Hätte, ja. Aber Sie sind auch gekocht. Ich sage meine Herren, verzeihen Sie bitte, dass Sie mich verspätet haben. Herr Richter, wollen Sie mich den Herren mit Wurscht haben? Herr Richter.